das war keine absicht es tut mir leid ich wollte mastiflick machen das war eigentlich perfekt war jetzt rausgegangen warum hat er nicht geklappt und leute heute wollte ich unbedingt mal fennec testen ich weiß nicht ob ihr das auto kennt aber das auto so anscheinend mega gut sein ich habe selber noch nie gespielt eben gerade hat mir gott sei dank baro das auto geschenkt liebe grüße gehen auf jeden fall raus an ich vielen vielen dank normalerweise spiele ich immer octane oder dominos aber anscheinend fennec besser sein als die beiden autos deswegen dachte ich mir wie wäre es wenn wir es einfach mal testen und gucken ob es wirklich so gut ist wie jeder sagt ich würde sagen da ich das auto noch nicht wirklich gespielt habe spielen wir ein bisschen ganz kurz arena danach rank 2 gegen 2 und anschließend gehen wir auf ein paar freestyles ich will nur ganz kurz ein bisschen das gefühl für das auto bekommen deswegen düse ich ganz kurz ein bisschen mit dem bei hier durch die arena vielleicht kann ich den einen oder anderen coolen shot treffen ja also ariots fühlt sich schon mal gut an so ok ich versuche jetzt was was ich normalerweise nicht wirklich kann und zwar flipp reset und mastiflicks ich weiß nicht warum ich kann die einfach nicht ich habe die aber auch ehrlich gesagt nie wirklich geübt deswegen kann es sein dass ich jetzt ein paar mal schocken werde was aber nicht schlimm ist weil leute ihr wisst ja übung macht den meistern ja ich sag mal so es war jetzt nicht der schönste mastiflick von ein aber er war okay oder ja es war er war süß bitte gönnt mir den was die fliege ansatzweise geschafft er war jetzt nicht der schönste aber wir versuchen jetzt mal ein flipp reset ich bin nicht der beste leute aber ich geb mein bestes ja ich sag mal so das war jetzt nicht der schönste flipp reset aber es war einer der war ganz süß muss sagen das auto fühlt sich actually richtig gut an deswegen würde ich sagen gehen wir jetzt in eine runde rankt oder so ok leute erste runde rankt ich bin gespannt wie das ganze ausgehen wird ich habe lange nicht gespielt und ich hoffe der mate den ich habe ist jetzt nicht so ultra trash weil es ist immer sehr teammate abhängig wie man vielleicht eigentlich würde ich sagen weil das ist man muss ja auch bedenken rocket league ist halt ein teamspiel am ende der pisch ging in die falsche richtung da wollte ich auf jeden fall nicht hinhaben ich habe überlegen ob ich ein pass mache zu meinem mate aber hatte dann irgendwie angst ich übernehme ich dachte macht einen hohen pass ich habe extra ziehen zu also mit dem auto kann man gut andere aus kaputt machen ich wollte mal die flick versuchen aber ich kann was die flicks ehrlich gesagt kaum wisst ihr gerade wenn man was nicht gut kann sollte man das immer üben wisst ihr ja von übung kommt der meister ne von übung von übung übung macht den meister schön gefährlicher hause nicer shot von dem muss ich hinlassen ok er hat ihn bitte empfaken komm ja naja ok ich hätte ich hätte besser zu dem hoch passen können mate 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 ah ich habe nein ich habe eine rolle verkackt ah ich wollte gerade eine rolle machen am ende möchte ich ok ok vielleicht merkt er dass ich packen möchte äh läuft ich habe ja extra packen gemacht ok mach solo nice nice gg ach was denn das für eine gurke mate komm deiner vielleicht kriegst du nochmal mitte ja den muss ich rein machen äh hab ich gesagt den muss ich rein machen ja gut da hab ich also manchmal macht man einfach die einfachsten tore nicht rein ich müsste drüber gehen ey no ja haha ich hab auch ein tor ja ok bis jetzt muss ich ehrlich sagen das auto fühlt sich recht gut an fühlt sich so ein bisschen an wie octane oh ich hab mein ding ariel verkackt äh was ist hier los ok könnte ich eigentlich ähm ja und leute ich habe eben schon mal einen rank gespielt eine runde äh die runde war an sich ganz ok aber irgendwie fand ich die jetzt nicht so nice dass ich die euch zeigen wollte aber es gab ein paar geile Tore ich glaube die werde ich euch einfach mal zeigen weil warum ja warum nicht ne ich glaub die Gegner geben jetzt eh auf dann machen wir gleich noch eine runde rank und dann abfahrt ja ich hab schon gedacht dass die Gegner aufgeben jetzt auf dem tor oha ok ok brum brum ich hoffe momentin ja ja ist elk ich bin ich betracht Oh Gott, äh, komm, ah, komm, Baby, jawohl, ja, great pass, nice Hätte ich besser haben können, egal, GG Jetzt, Leute, ich bin mal ein bisschen, äh, Solo und ich versuche in Solo einfach mal so ein paar Highlights zu machen Ein paar Freestyls oder sonst irgendwas versuchen Oh, davon sind jetzt die Highlights Oh, wow Ah, knappe Hase Leute, der Pinch, Alter, Hauli Der war süß, der war irgendwie süß Den Mastifick verkackt, aber hey, der ging rein irgendwie Was war das? Ja, Gott, was fun, das sind Flip-Resets Der war ja absolut süß Yo, sein Ping ist einfach insane hoch Leute, ich kann einfach Freestylen, damit er was machen kann Geil Das war keine Absicht, es tut mir leid, ich wollte einen Mastifick machen, das war eigentlich perfekt Ich war jetzt rausgegangen Warum hat der nicht geklappt? Ah, ich hab fast Ah, dieses runtergedanke Oh mein Gott, der arme Gegner Ah, Gegner gepackt Ah, Jei, 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 Jei Und Hi Und er fliegt Leute, der ist ja reingeging Das war jetzt irgendwie nicht so nice, aber okay Ah, nein, letzte Sekunde Ich dachte, ich kriege noch einen raus Okay, GG So, okay, Leute, das war's mit dem Video Ich hoffe, euch hat das kleine Rocket League Video gefallen Wenn ihr könnt, ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo der lassen Wie findet ihr das Auto? Findet ihr das Auto besser als Octane oder Dominos? Wenn ja, lasst es mich auf jeden Fall gerne in der Videobeschreibung Äh, ich will in den Kommentaren wissen Und ja, rechts kommt unser letztes Rocket League Video Und links könnt ihr einfach mal drei Kanäle abonnieren Und ich würde sagen, das war das Video Bis zum nächsten Mal Ciao